jo leute was geht euer error ist wieder back und heute habe ich eine kleine information es gibt eine verlosung 3 gta unlockalls und ja leute ich weiß man kann keine unlockalls mehr übertragen aber wenn man diese unlockalls einmal schon übertragen hat auf der ps4 dann funktionieren die unlockalls deshalb drei gta unlockalls zwei max domes und ein netflix und wenn ihr dabei sein wollt schreibt in den kommentaren wenn ihr für max dom entschieden habt hashtag max dom oder netflix hashtag netflix oder halt gta also hashtag gta5 ua und ja das soll jetzt nur noch so ein kleines info video sein ich hoffe dass ihr schön reagiert nächste woche also die woche die vielleicht kommt am wochenende wird wahrscheinlich die verlosung sein am samstag oder so und ja dann würde ich euch mal sagen erstmal seid auf jeden fall dabei wird auf jeden fall wieder ein livestream sein ja auf jeden fall ist die kurze info und es kommt bald noch eine montage eine gta 5 montage und ja leute haut rein